Und damit geht es weiter mit Let's Play Transformers Battlegrounds. Ich bin es, euer MC Muffix. Beim letzten Mal haben wir es endlich geschafft und den Allspark gefunden. Doch leider kam jemand ganz bestimmtes und kam uns in die Quere und zwar niemand anders als der Werte Megatron. Durch ihn waren wir gezwungen hier fast das Handtuch zu werfen. Doch im letzten Moment kam niemand anders als Optimus Prime. Der gute Optimus kam und... Ah, mit Standard. Nemesis. Machen wir Nemesis. Und nun ist Optimus da, hat uns gerettet und nun bin ich gespannt, ob er es hier schafft Megatron zu bezwingen. Einfach ein, zwei Schläge, dann passt es schon. Deswegen wählen wir gleich den Schlagers und dann schauen wir mal, was unser großer Prime hier macht. Megatron, der Allspark ist die Lebensenergie von Cybertron. Du kannst seine Macht nicht erfassen. Hast du ihn deswegen hergebracht? Damit unsere Welt erstickt, unsere Art vernichtet wird? Das ist dein Werk, Prime. Ich repariere nur den Schaden. Verleihe ihm seinen wahren Zweck. Der Zweck des Allsparks ist nicht, Macht zu verleihen. Battletram. Was soll es sein? Der Allspark? Oder deine Freunde? Optimus. Halte Megatron auf. Lass ihn nicht entkommen. Deine Entscheidung, Prime. Lebe wohl. Spar deine Kraft, Bumblebee. Ich werde dich beschützen. Beschützt es mit eurem Spark. Ich kann den Schläger aufbauen, wie draufhauen. Das ist natürlich eine super Idee. Also es hat einen Nachkampfschaden, schaust du auf Schock. Oh, der macht vier Schadenspunkte. Machen wir das, oder? Obwohl, äh, eigentlich was passiert ist, Battletrap hier zu bezwingen erst mal. Ich glaube, dafür bleiben wir. So, es ist ein, es sieht sehr geil aus. So, wir haben ihn gleich gestoppt. Das heißt, eine Bedrohung weniger. Der wird natürlich jetzt auf Bomby gehen. Aber das kann ich jetzt leider verhindern. Head Party, oder was, Battletrap? Dann verziert er sich das Würstchen. Alter. Was machst du mit meinem Freund? Einfach ganz alleine, Mann. Ohne Grimlock oder alle. Das ist mein Prime, Mann. Will ich ihn kenne. So kenne ich ihn, Mann. Aber so, geben wir nicht auf. Denn wir sind Optimus. Prime! Das ist okay. Wie? Dir geht's gut? Nein. Megatron ist weg. Wir müssen los. Unten bleiben, Scout. Slipstream. Du bist uns gefolgt. Du hinterhältige Tonne. Das ist ein Krieg, Autobot. Ich gehorche Megatron. Dieses Mal zeige ich dir die ganze Power der Seeker. Waffen runter, Autobots. Was soll das heißen? Waffen runter? Waffen los, Mann. Tja, kann seinen Freund gleich wieder haben. Und du, Mädel. Wirst du es allein, hä? Gegen Optimus verdammt nochmal Prime kämpfen, oder? Alles klar. Stabil. Mädel, Mädel, Mädel. Du machst definitiv nicht das Beste. Das ist das Unterdrückungsfeier. Das möchte ich jetzt mal sehen, wie das funktioniert. Schade, dass so kleine Sachen keine Deckung bieten. Lass mich zwei Balken, voll in Ordnung. Und Unterdrückungsfeier. Alles klar. So. Hahaha, sie kann sich nicht bewegen. Das heißt, ich kann mich jetzt mit meinem Optimus ganz entspannt hier hinpirschen. Theoretisch kann sie mir von da aus nix tun. Und dann warten wir mal ab. Oh, Frosty. Hab ich leider übersehen. Aber ich bin ein Primer und das tut mir doch alles weh. Thundercracker. Ah, den kenn ich. Ein kleiner, gemeiner Aerobob bist du. Aber ich bin Optimus. Das tut mir doch gar nicht weh. Hm, schade. Nun gut. So, das ist mein Optimus. Nein, ich hätte ja erst angreifen müssen und dann was machen sollen. Das war sehr doof. Aber es war also, ich wüsste, ich hatte keine Ahnung, was jetzt passiert. Deswegen muss ich das jetzt unbedingt testen. So, okay. Geben da in Weckung. Oh, das passt. Tja, wo vorher so geil, Mann. Zack, schön zu erschaden. Ahaha, so geil, Mann. Jetzt hat sie sie betäubt, gell? Sehr gut. Aber die haben eine Reichweite, Mann. Über den Bock springen, man dürfen die mich langsam. Ja, Optimus ist wieder da. Ja, mehr Mädel. Leckt euch nicht mit dem einzig wahren Prime an, meine guten Freunde. So, wenn ich hier bin, werde ich doch nicht jemanden erwischen, oder? Ah, ich habe meinen Überwachungsmodus, der mir natürlich hier sehr, sehr wenig bringt. Okay. Neuer Plan. Mit dieser Störbe auf der Deckung. Und. Machen. Einfach den Aufklärmodus. So mit Bumblebee wiederum. Kann ich mir ein bisschen näher dann schleichen. Das wird ja klappen, gell? Ah, das wird nicht klappen. Okay, wurscht. Wenn es jetzt nur noch die sind, dann ist das kein Problem. Zack. Oh, nice Bumblebee. Der kann nichts machen. Thundercracker kann das Optimus angreifen, was aber keine gute Idee ist, man legt sich nicht mit dem Prime an. Hier ist jetzt der kleine miese Würmelchen. Was ist bei dir aktiv? Nix. Ja. Schon wieder kauf. Der Prime kommt. So, die Tankstelle bietet leider keine Deckung. Stehe ich gerade in der Tankstelle? Möglich. Warte mal, wenn ich hier hingehe. Das macht zwei Schaden, passt. Zack. So, eine Kiste hier zur Altmetall verarbeitet und der andere kann es auch gerne kommen. Komm, Fundy. Komm zum Prime. Komm zum Prime. So, das sind... Ah, das sind zwei Balken. Sehr wohl. Also, wie gering seine Reichweite ist. Aber okay. Das stört mich nicht. Ja, du wirst, was ich jetzt wieder mache. Komm her, Fundercracker. Keine Zeit, sich zu verstecken. Das ist auch eine nette Taktik. Weil so können Gegner, die sich verstecken, kann man wunderschön nehmen und halt... In seine eigenen Gebiete reinstellen, wo halt die Vermündeten warten. Das ist eine sehr coole Sache. So, und wenn das jetzt klappt... Sorry, Bumblebee. Aber du musst dir sauber fliegen. Seeker? Rückzug. Unsere Pflicht ist getan. Autobots. Bericht. Optimus. Ich dachte sie... Dass sie dich... Es ist alles meine Schuld. Nein. Ich war es, Bumblebee. Als die Decepticons die Erde angegriffen haben, spürte ich eine Furcht, die ich zuvor nie gefühlt habe. Ich brachte unseren Krieg auf diesen Planeten. Jetzt stehen unzählige Menschenleben auf dem Spiel. Durch meine Furcht wurden unsere Streitkräfte getrennt. Ich habe den Allspark im Stich gelassen. Zum zweiten Mal. Ihr alle habt mutig gehandelt. Kein Prime könnte mehr verlangen. Von jetzt an bleiben wir zusammen. Als Einheit. Was ist mit Megatron? Ich könnte Slipstream verfolgen. Das ist nicht notwendig. Ich weiß, wo die Decepticons hinwollen. Und wir folgen ihnen an das Ende dieser Welt. Jetzt, da Megatron den Allspark besitzt, ist das Schicksal aller Lebewesen in Gefahr. Prime-Direktive, ey. Der große Prime ist da. Und nun sollte so alles kein Problem mehr werden. Also, was machen wir denn hier? Sturmfall. Wimpley greift mit einem sagenhaften Schwert an und gegen einen Schaden zu erwägen, um ihn möglicherweise in Otto's Stelle festzusetzen. Hm, schlecht. Weil der Kraft... Warte mal hier, Kraftlos. Na, mit Vizek ist er heilt. Sperrt, äh, einen Blattwachsam schlafen, einen Nü. Ähm, der sich während der Runde nähert. Verursacht möglicherweise Schocken. Nee, das will ich nicht. Wenn schon einen von den Turbinen. Also, Wimpley startet einen Propeller, die auf einen zweiten Gegner überspringen und beide Gegner schauen zu fügt. Das hört sich cool an. Wimpley sagen auf den Rädern, aber das Erordnungsstelle festsetzen. Nee, das ist eigentlich nicht so. Klonenzug dann. Und Wimpley kehrt ihre Drehrichtung, ihre Propeller um und zieht den Gegner zu sich. Setze eine weitere Aktion um, um den Gegner Schaden zu verholen. Das ist geil. Aber dann... Ich würde erstmal den Turbinen-Drescher gerne machen. Aber wenn ich mir jetzt mein Team aussuchen darf, werde ich... Ah... Also, genau. Optimus werden wir natürlich nehmen. Eh klar. Genau. Und dann werde ich sie eh in daraus hauen und dafür Grimlock reinhauen. Grimlock kriegt jetzt die Schlägeüberwachung, während Optimus natürlich dann vorläuft. So. Und Schauschützer haben wir hier mit ihm. Genau. Distanzbarriere. So gut. Und Granatensug. Optimal. Okay. Dann auf ins Lager der Decepticons, dass wir uns den Oldsburg wieder zurückholen und die netten Decepticons zu Altmetall verarbeiten. Ah, der pazifische Nordwesten. Wie rücksichtsvoll von den Decepticons, ihre Verbrechen in so einer schönen Gegend zu begehen. Aber, Lord Megatron, hättest du mir deinen Plan anvertraut, dann... Vertrauen muss man sich verdienen, Starscream. Die Autobots waren verwundbar. Trotzdem bist du gescheitert. Die Dinge ändern sich, Megatron, wenn ich der Anführer bin. Dieser Tag wird niemals kommen. Die Decepticons folgen niemals zu einem unwürdigen und unfähigen Trottel. Mach deine Arbeit, Zika. Halte Wache, bis der Bau fertig ist. Bald, Megatron. Der Bau? Was meinen die? Eine Waffe oder ein Schiff? Das Allerwichtigste ist der Allspark. Wir müssen durchhalten. Mensch, sieh mal. Ein Energon-Würfel. Wenn du neben so einem Behälter stehst, wird die Energon-Leiste ein Stück aufgefüllt. Aber Vorsicht, auch die Decepticons bekommen das Energon ab. Grimlock, jetzt geh. Gut, dann geh mal, Grimlock. So, ich würde ganz gerne zwei Balken nur benutzen. Und dann mal eine schöne Schlägeüberwache machen. Damit schon einer von den Schaden bekommen. So, währenddessen schicke ich, wartet, hier zwei Balken. Guckt er seine Barriere wieder? So, und jetzt haben wir unseren klassischen Optimus. Ach, Leute, ich will einfach mal wieder hier eine dicke Lanze rausbrechen für die super, super, super Synchro von Optimus Prime. Ich finde die so cool. Im Englischen spricht der Peter Kallen. Ich weiß jetzt nicht, wie die deutsche Stimme heißt. Aber ich finde die so awesome, man. Auch die deutsche Stimme ist sehr cool. Die hat so dieses richtige, ehrwürdige. Und das ist so markant. Das gefällt mir so gut. So, ich mache hier zwischen vier Schaden, man. Coole Sache. Hi. Oh, jetzt hat er mich geschockt, man. So, Seekers. Das Gute ist, die können ja nicht drüber fliegen. So. Ja gut, mit Optik kann ich jetzt eigentlich nicht viel mehr machen, außer... Ah, der ist jetzt genau, dass ich ihn nicht erwischen kann, ne? Nur einen Schadenspunkt gemacht. Oh, das kostet mir ja schon wieder alle meine Punkte. Bedeutet aber, wenn ich hier eh reinlaufe... Hm, okay, wir haben jetzt voll Leben. Dann lohnt es sich leider nicht. Das ist gleich mal ein Special Move aktiviert. So. Okay. Machen wir mal wieder die Barriere an. Team Zusammenfiff kommt. Das sehen wir. Ja, alle Stimmen hier im Energon-Würfel. Das bedeutet theoretisch, wenn wir hier stehen, könnte man unbedingt Energon-Attacken machen, was ziemlich nice ist. So. Das Problem ist mit den Energon-Würfeln, wie gesagt, dass auch die Gegner hier die ganze Zeit dann ihr Special Moose raushauen können, was ein bisschen eklig sein könnte. Aber ich denke, es soll kein Problem sein. Wenn wir zwei Brawler hier, mit denen jetzt unsere Reichweite natürlich stark begrenzt ist, aber wir können jetzt halt wirklich einfach so durchmarschieren durch die Gegner. Marek. Sehr Marek. Mit Grimlock wird es genauso aussehen. Ihr kotzt so an, Mann. Wenn ich ein Feld weiter rechts stehen, könnte ich es schaffen. Ich kann mich halt echt immer nur ins Fallenfeuer begegnen und einfach hoffen, dass die Gegner halbwegs... Nein! Ah, mit Grimlocken hätte ich doch seinen Schläger bewachen. Magen wir. Naja. So, in der Hoffnung, dass es auf Optimus geht. Machen wir wieder sein Schild. Und dann laufen wir weiter. Jo. Es geht wieder auf Optimus. Komm. Es wäre cool, wenn es eine Taste geben würde, dass man einfach den kompletten gegnerischen Zug hier einfach skippen könnte. Weil ich meine, so spannend ist das jetzt nicht unbedingt zu sehen. Ach, komm, es ist mir schon wieder gestand. Meine Beine außer Betrieb. Das ist mir jetzt ehrlich gesagt. Wurscht war der, denn du bist jetzt erst mal hier. Gefressen. Ah, geht ja nicht, super. So, zwei Balken kannst du gerne aufbrauchen. Was ich jetzt mit Optimus machen? Kann ich? Also sehr cool, hätte ich seinen Special Move aktivieren können, aber ich kann ja echt gar nichts machen. Ja. So, könnte es noch weiter dauern. Ich bin ja wirklich nahezu unbesiegbar, weil, wie gesagt, mein Grimlood Optimus zerstöre ich alles. Aber meine Reichweite ist halt sehr gering. Deswegen, wir hat Jetfire in dem Fall, ähm, Jetfire haben wir gar nicht. Aber hier, Airborne-mäßig wären wir natürlich ein bisschen besser unterwegs. Aber, pff, wurscht. So. Was, getriebe defekt? Ich weiß gar nicht, was die Startveränderung heißt. Egal. Kostet mich natürlich wieder drei Balken. Dann muss Grimlock das machen. Passt. Sehr gut. Optimus, bitte vorlaufen. Ja. Mei, laufen wir gerade vor, oder? Und mit V-Jag machen wir dasselbe. Aber wenn meine Kameraden natürlich schon wieder voll Leben haben, geben wir ihnen immer wieder schön eine Barriere. Ich weiß gar nicht, ob die Barriere mehr ist, einen zu kält. Aber wir setzen es mal trotzdem ein. Die kommen alle so schön auf uns rauf. Und wie gesagt, solange V-Jag nicht stirbt, haben wir gewonnen. Das wäre das Einzige, was schlecht wäre. Okay, liebe Leute. Bevor wir jetzt aber hier weiter vorlaufen und hoffentlich irgendwann mal mit unserem guten alten Freund Starscreamer treffen, machen wir nochmal einen kleinen Cut. Und beim nächsten Mal geht es dann hier weiter mit Let's Play to the Form of Battlegrounds. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao. Ciao.